Kapitel 100 General Stumm drängt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung. General Stumm hatte den Misserfolg seines Kameraden beobachtet und machte Miene, ihn zu trösten. »Was ist das für ein zweckloses Durcheinanderreden?« tadelte er die Konzilleute entrüstet, und nach einer Weile, obzwar er keine Aufmunterung fand, begann er, sich aufgeregt und doch mit einem gewissen Behagen zu eröffnen. »Du erinnerst dich«, sagte er, »dass ich mir in den Kopf gesetzt habe, den erlösenden Gedanken, den Diotima sucht, ihr zu Füßen zu legen. Es gibt, wie sich zeigt, sehr viele bedeutende Gedanken, aber einer muss schließlich der Bedeutendste sein, das ist doch nur logisch. Es handelt sich also bloß darum, Ordnung in sie zu bringen. Du hast selbst gesagt, dass das ein Entschluss ist, der eines Napoleon würdig wäre. Erinnerst du dich? Und dann hast du mir noch eine Reihe ausgezeichneter Ratschläge gegeben, wie es von dir nicht anders zu erwarten war, »Aber es ist nicht dazu gekommen, dass ich sie benutze. Also, um es kurz zu sagen, ich habe die Sache selbst in die Hand genommen.« Er trug eine Hornbrille, die er jetzt statt des Kneifers aus der Tasche zog und auf die Nase setzte, wenn er eine Person oder eine Sache scharf ins Auge fassen wollte. Eine der wichtigsten Bedingungen der Feldherrnkunst ist es, sich über die Stärke des Gegners Klarheit zu verschaffen. »Ich habe mir also«, erzählte der General, »einen Eintrittsschein in unsere weltberühmte Hofbibliothek besorgen lassen und bin unter Führung eines Bibliothekars, der sich mir liebenswürdig zur Verfügung stellte, als ich ihm sagte, wer ich bin, in die feindlichen Linien eingedrungen. Wir sind den kolossalen Bücherschatz abgeschritten. Und ich kann sagen, es hat mich weiter nicht erschüttert. Diese Büchereien sind nicht schlimmer als eine Garnisonsparade. Nur habe ich nach einer Weile anfangen müssen, im Kopf zu rechnen, und das hatte ein unerwartetes Ergebnis. Siehst du, ich hatte mir vorher gedacht, wenn ich jeden Tag da ein Buch lese, so müsste das zwar sehr anstrengend sein, aber irgendwann müsste ich damit zu Ende kommen und dürfte dann eine gewisse Position im Geistesleben beanspruchen, selbst wenn ich ein oder das andere auslasse. Aber was, glaubst du, antwortet mir der Bibliothekar, wie unser Spaziergang kein Ende nimmt und ich infrage, wie viel Bände denn eigentlich diese verrückte Bibliothek enthält? Dreieinhalb Millionen Bände, antwortet er. Wir sind da, wie er das sagte, ungefähr beim siebenhunderttausendsten Buch gewesen, aber ich habe von dem Augenblick an ununterbrochen gerechnet. Ich will es dir ersparen, ich habe es im Ministerium noch einmal mit Preisstift und Papier nachgerechnet. Zehntausend Jahre würde ich auf diese Weise gebraucht haben, um mich mit meinem Vorsatz durchzusetzen. In diesem Augenblick sind mir die Beine auf der Stelle stecken geblieben und die Welt ist mir wie ein einziger Schwindel vorgekommen. Ich versichere dir noch jetzt, wo ich mich beruhigt habe, da stimmt etwas ganz grundlegend nicht. Du kannst sagen, man braucht nicht alle Bücher zu lesen, ich werde dir darauf erwidern, man braucht auch im Krieg nicht jeden einzelnen Soldaten zu töten und doch ist jeder notwendig. Du wirst mir sagen, auch jedes Buch ist notwendig. Aber siehst du, da stimmt schon etwas nicht, denn das ist nicht wahr. Ich habe den Bibliothekar gefragt. Lieber Freund, ich habe mir einfach gedacht, dieser Mensch lebt doch zwischen diesen Millionen Büchern, kennt jedes, weiß von jedem, wo es steht. Der müsste mir also helfen können. Natürlich habe ich ihn nicht ohne weiteres fragen wollen, wie finde ich den schönsten Gedanken von der Welt. Das würde ja geradezu wie der Anfang von einem Märchen klingen und so schlau bin ich schon, dass ich das merke und überdies habe ich Märchen erzählen schon als Kind nicht leiden können. Aber was willst du tun? Irgendetwas ähnliches musste ich ihn schließlich fragen. Andererseits hat mir mein Gefühl für das Schickliche auch verboten, ihm die Wahrheit zu sagen. Etwa meinem Anliegen, Auskünfte über unsere Aktion vorauszuschicken und den Mann zu bitten, mich auf die Spur des würdigsten Ziels für sie zu setzen. Dazu habe ich mich nicht ermächtigt gesehen. Also, ich habe schließlich eine kleine List angewendet. Ach, habe ich ganz harmlos zu sagen angefangen. Ach, ich habe mich zu unterrichten vergessen, wie sie es eigentlich beginnen, in diesem unendlichen Bücherschatz immer das richtige Buch zu finden. Weißt du, genau so habe ich das gesagt, wie ich mir dachte, dass Diodema es sagen würde. Und für ein paar Kreuzer Bewunderung für ihn habe ich auch in den Ton gelegt, damit er mir auf den Leim geht. Und richtig fragt er mich sehr gehonigelt und diensteifrig, was der Herr General denn zu wissen wünschen. Nun, das hat mich ein wenig in Verlegenheit gebracht. Oh, sehr vieles, sage ich, gedehnt. Ich meine, mit welcher Frage oder welchem Autor beschäftigen Sie sich? Kriegsgeschichtliches, sagte er. Nein, gewiss nicht. Eher Friedensgeschichtliches. Historisch oder aktuelle pazifistische Literatur? Nein, sage ich, das ließe sich durchaus nicht so einfach sagen. Zum Beispiel eine Zusammenstellung aller großen Menschheitsgedanken. Ob es das gibt, frage ich ihn listig. Du erinnerst dich, was ich auf dem Gebiet schon abarbeiten lasse. Er schweigt. Oder ein Buch über die Verwirklichung des Wichtigsten, sage ich. Also eine theologische Ethik, meint er. Es kann auch eine theologische Ethik sein, aber es muss darin auch etwas über die alte österreichische Kultur und über Grillparzer vorkommen, verlange ich. Weißt du, es muss offenbar in meinen Augen ein solcher Wissensdurst gebrannt haben, dass der Kerl plötzlich Angst bekommen hat. Er könnte bis auf den Grund ausgetrunken werden. Ich sage noch etwas von etwas wie von Eisenbahnfahrplänen, die es gestatten müssen, zwischen den Gedanken jede beliebige Verbindung und jeden Anschluss herzustellen. Da wird er geradezu unheimlich höflich und bietet mir an, mich ins Katalogzimmer zu führen und dort allein zu lassen, obgleich das eigentlich verboten ist, weil es nur von den Bibliothekaren benützt werden darf. Da war ich dann also wirklich im Allerheiligsten der Bibliothek. Ich kann dir sagen, ich habe die Empfindung gehabt, in das Innere eines Schädels eingetreten zu sein. Ringsherum nichts wie diese Regale mit ihren Bücherzellen und überall Leitern zum Herumsteigen und auf den Gestellen und den Tischen nichts wie Kataloge und Bibliografien, so der ganze Sukkus des Wissens und nirgends ein vernünftiges Buch zum Lesen, sondern nur Bücher über Bücher. Es hat ordentlich nach Gehirnfos vorgerochen und ich bild mir nichts ein, wenn ich sage, dass ich den Eindruck hatte, etwas erreicht zu haben. Aber natürlich war mir, wie der Mann mich allein lassen will, auch ganz sonderbar zumute. Ich möchte sagen, unheimlich. Andächtig und unheimlich. Er fährt wie ein Affe eine Leiter hinauf und auf einem Band los, förmlich von unten gezielt, gerade auf diesen einen, holt ihn mir herunter, sagt, Herr General, hier habe ich für Sie eine Bibliografie der Bibliografien. Du weißt, was das ist. Also das alphabetische Verzeichnis der alphabetischen Verzeichnisse der Titel jener Bücher und Arbeiten, die sich in den letzten fünf Jahren mit den Fortschritten der ethischen Fragen ausschließlich der Moraltheologie und der schönen Literatur beschäftigt haben, oder so ähnlich erklärte es mir, und will verschwinden. Aber ich packe ihn noch rechtzeitig an seinem Jackett und halte mich an ihm fest. Herr Bibliothekar, rufe ich aus. Sie dürfen mich nicht verlassen, ohne mir das Geheimnis verraten zu haben, wie Sie sich in diesem, also ich habe unvorsichtigerweise, Tollhaus gesagt, denn so war mir plötzlich zumute geworden, wie Sie sich, sag ich also, in diesem Tollhaus von Büchern selbst zurechtfinden. Er muss mich missverstanden haben. Nachträglich ist mir eingefallen, dass man behauptet, Wahnsinnige sollen mit Vorliebe anderen Menschen vorwerfen, dass sie wahnsinnig seien. Jedenfalls hat er immerzu auf meinen Säbel geschaut und war nicht zu halten. Und dann hat er mir einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Wie ich ihn nicht gleich loslasse, richtet er sich plötzlich auf. Er ist förmlich aus seinen schwankenden Hosen herausgewachsen und sagt mir mit einer Stimme, die jedes Wort bedeutungsvoll gedehnt hat, als ob er jetzt das Geheimnis dieser Wände aussprechen müsste. Herr General, sagt er, Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne? Das kann ich Ihnen nun allerdings sagen, weil ich keines lese. Weißt du, das war mir nun bei neu wirklich zu viel, aber er hat es mir, wie er meine Bestürzung gesehen hat, auseinandergesetzt. Es ist das Geheimnis aller guten Bibliothekare, dass sie von der Ihnen anvertrauten Literatur niemals mehr als die Büchertitel und das Inhaltsverzeichnis lesen. Wer sich auf den Inhalt einlässt, ist als Bibliothekar verloren, hat er mich belehrt. Er wird niemals einen Überblick gewinnen. Ich frage ihn atemlos, Sie lesen also niemals eines von den Büchern? Nie, mit Ausnahme der Kataloge. Ja, Sie sind doch Doktor. Gewiss, sogar Universitätsdozent, Privatdozent für Bibliothekswesen. Die Bibliothekswissenschaft ist eine Wissenschaft auch allein und für sich, erklärt er. Wie viele Systeme, glauben Sie, Herr General, fragt er, gibt es, nach denen man Bücher aufstellt, konserviert, ihre Titel ordnet, die Druckfehler und falschen Angaben auf ihren Titelseiten richtigstellt und so weiter? Ich muss dir gestehen, wie er mich danach allein gelassen hat, hat es nur Zweierle gegeben, was ich gern getan hätte. Entweder in Tränen ausbrechen oder mir eine Zigarette anzünden. Aber beides war mir an diesem Ort nicht gestattet. Und was glaubst du, ist geschehen? fuhr der General vergnügt fort. Wie ich so verdutzt dastehe, nähert sich mir ein alter Diener, der uns wahrscheinlich wie ich schon beobachtet hatte. Und er schlurft ein paar Mal höflich um mich herum und bleibt dann auch stehen, schaut mich an und fängt mit einer Stimme zu sprechen an, die entweder vom Bücherstaub oder vom Trinkgeldgeschmack ganz mild war. Was brauchen der Herr General? fragt er mich. Ich wäre ab, aber der Alte fährt fort. Es kommen oft Herren von der Kriegsschule zu uns. Der Herr General braucht mir nur zu sagen, für welches Thema Herr General augenblicklich Interesse haben. Julius Cäsar, Prinz Eugen, Graf Daun, oder soll es was Modernes sein? Wehrgesetz, Budgetverhandlungen? Ich versichere dir, der Mann hat so vernünftig gesprochen und hat so viel gewusst, was in den Büchern drin steht, dass ich ihm mein Trinkgeld gegeben und ihn gefragt habe, wie er das macht. Also, was glaubst du? Er erzählt mir wieder, dass die Kriegsschüler, wenn sie eine schriftliche Aufgabe haben, manchmal zu ihm kommen und Bücher verlangen. Na, und dann schimpfen sie halt oft ein bisschen, wenn ich ihnen die Bücher bringe, fährt er fort. Was das für ein Unsinn ist, den sie lernen müssen. Und dabei erfährt uns eine allerhand. Oder es kommt der Herr Abgeordneter, der den Bericht über das Schulbudget abzufassen hat und fragt mich, was der Herr Abgeordneter, der den Bericht im vergangenen Jahr abgefasst hat, dazu für Unterlagen benutzt hat. Oder es kommt der Herr Prelat, der schon seit 15 Jahren über bestimmte Käfer schreibt. Oder einer von den Herrn Universitätsprofessoren beschwert sich, dass er schon drei Wochen lang ein bestimmtes Buch verlangt, ohne dass er es bekommt. Und da müssen alle Nachbarregale durchsucht werden, ob es nicht verstellt worden ist, bis sich herausstellt, dass er es schon seit zwei Jahren bei sich zu Hause und nicht zurückgegeben hat. Und das geht jetzt schon so fast 40 Jahre. Da merkt man sich ganz von selbst, was der Mensch will. Und was er dazu liest. Na, sag ich ihm, mein Lieber, was ich zu lesen suche, das kann ich Ihnen trotzdem nicht ganz so einfach auseinandersetzen. Und was glaubst du, antwortet er mir. Er schaut mich bescheiden an, nickt und sagt, ich bitte gehorsamst, Herr General, das kommt natürlich vor. Erst unlängst hat eine Dame mit mir gesprochen, die genau das Gleiche gesagt hat. Vielleicht kennen Sie, Herr General, es ist die Frau Gemahlin vom Herrn Sektionschef Tutsi aus dem Ministerium des Äußern. Also, was sagst du? Ich denke, mich trifft der Schlag. Und wie der Alte das merkt, bringt er mir richtig alle Bücher herbei, die sich Diodima dort reservieren lässt. Und wenn ich jetzt in die Bibliothek komme, ist das geradezu wie eine heimliche, geistige Hochzeit. Und hier und da mache ich vorsichtig mit dem Blei an den Rand einer Seite ein Zeichen oder ein Wort und weiß, dass sie es am nächsten Tag finden wird, ohne eine Ahnung zu haben, wer da in ihrem Kopf drinnen ist, wenn sie darüber nachdenkt, was das heißen soll. Der General machte eine selige Pause. Aber danach riss er sich zusammen. Bitterer Ernst strömte in sein Gesicht und er fuhr von Neuem fort. Nimm dich jetzt, so gut du kannst einen Augenblick zusammen. Ich will dich etwas fragen. Wir alle sind doch überzeugt, dass unser Zeitalter so ziemlich das Geordnetste ist, das es je gegeben hat. Ich habe das zweimal vor Diodima als ein Vorurteil, bezeichnet, aber natürlich habe ich dieses Vorurteil selbst. Und nun habe ich sehen müssen, dass die einzigen Menschen, die eine wirklich verlässliche, geistige Ordnung besitzen, die Bibliotheksdiener sind und frage dich, nein, ich frage dich nicht, wir haben ja schon seinerzeit darüber gesprochen und ich habe seit meinen letzten Erfahrungen natürlich von Neuem darüber nachgedacht und ich sage dir, stell dir vor, du trinkst Schnaps, ja, gut in gewissen Lagen, aber du trinkst noch und noch und noch Schnaps, kannst du mir folgen, so bekommst du zuerst einen Rausch, später das Delirium Tremens und schließlich den Ehrenkondukt und der Courage spricht irgendetwas von eiserner Pflichterfüllung an deinem Grab. Hast du dir das vorgestellt? Also, wenn du dir das vorgestellt hast, es ist ja weiter nichts dabei, so stell dir jetzt Wasser vor und stell dir vor, du musst immer mehr davon trinken, so bist du schließlich ersoffen und stell dir Essen vor bis zur Darmverschlingung und jetzt die Heilmittel, Mankinien oder Arsen oder Opium. Wozu, wirst du fragen, aber lieber Kamerad, jetzt mache ich dir erst den hervorragendsten Vorschlag, stell dir Ordnung vor oder stell dir lieber zuerst einen großen Gedanken vor, dann einen noch größeren, dann einen, der noch größer ist und dann immer einen noch größeren und nach diesem Muster stell dir auch immer mehr Ordnung in deinem Kopf vor. Zuerst ist das so nett wie das Zimmer eines alten Fräuleins und so sauber wie ein errarischer Pferdestall und dann großartig wie eine Brigade in entwickelter Linie und dann toll wie wenn man nachts aus dem Casino kommt und zu den Sternen ganze Welt habt, acht, rechts, schaut, hinauf, kommandiert. oder sagen wir im Anfang ist Ordnung so wie wenn ein Rekrut mit den Beinen stottert und du bringst ihm das Gehen bei. Dann so wie wenn du im Traum zum Kriegsminister avancierst und jetzt stell dir bloß eine ganze universelle Menschheitsordnung also mit einem Wort eine vollkommene zivilistische Ordnung vor. So behaupte ich, das ist der Kältetod, die Leichenstarre, eine Mondlandschaft, eine geometrische Epidemie. Ich habe mich mit meinem Bibliotheksdiener darüber unterhalten. Er hat mir vorgeschlagen, dass ich Kant lesen soll oder so etwas dergleichen über die Grenzen der Begriffe und des Erkenntnisvermögens. Aber ich will eigentlich nichts mehr lesen. Ich habe so etwas Komisches im Gefühl. Ein Verständnis dafür, warum wir beim Militär, die wir die größte Ordnung haben, gleichzeitig bereit sein müssen, in jedem Augenblick unser Leben hinzugeben. Ich kann nicht austrücken, warum. Irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über. Und ich bin jetzt ehrlich besorgt, dass deine Cousine mit ihren Bestrebungen am Ende noch etwas anrichtet, dass sie sehr schaden kann, während ich ihr weniger helfen kann als je. Kannst du mir folgen? Was so die Wissenschaft und Kunst nebenbei leistet, an großen und bewundernswerten Gedanken, das natürlich in Ehren. Dagegen will ich nichts gesagt haben. Dagegen